Jesus ist Herr. Wir brauchen etwa die Anrede Herr, um höflich zu sein. Aber bei Jesus geht es um viel mehr. Es heisst, seine Autorität, seine Herrschaft über mein eigenes Leben zu anerkennen. Warum? fragst du vielleicht. Einerseits ist er der Schöpfer, also der, der dich geschaffen hat. Nur wegen ihm kannst du überhaupt existieren. Und darum hat er auch ein Recht über dich. So ähnlich wie du ein Recht über ein Kunstwerk hast, das du selber gemacht hast. Und andererseits hat Gott ihn auch zum Herr über alle Menschen gemacht. Auch über die, die Macht auf der Erde haben. Darum nennt die Bibel ihn Herr der Herren. Warum ist es wichtig, Jesus als Herr zu akzeptieren? Weil die Bibel sagt, nur wenn du das machst, kannst du auch gerettet werden. Es geht um Rettung von dieser Strafe, die mal über alle kommt, die ihn nicht akzeptiert haben. Damit auch sie einmal die Knie vor ihm bügen müssen. Aber heute kannst du dir noch seine Herrschaft über dein Leben freiwillig anerkennen. Und ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Weil er ist ein gütiger und treuer Herr. Und ich kann dir noch ein paar Mal über alle kommen. Untertitelung des ZDF, 2020